Tag zusammen und herzlich willkommen bei eurem Jojo Soul Show und willkommen zurück zu FIFA 14 Pro Club und natürlich mit dabei der Pro Show von AngespieltTV. Guten Tag. Oder so. Ich bin rot. Wir haben den Ball. Vielleicht sind wir durch. Oh, du wurdest gefoult. Ne, aber daran hat es gelegen, sagst du? Ja. Krass. Also, wenn jemand von euch bei FIFA Black Screens bekommt, schaut doch mal, wie eure FPS Einstellung sind. Am PC natürlich. Und probiert doch mal aus, mit 60 FPS zu spielen, also 60 FPS Limit. Dann sollte es eigentlich funktionieren. Schasse. Und gerade eben haben wir 2-0 gewonnen. Ich hab'n Tor geschossen normal zu dem Ballweich. Also, so ein Tore schießen will ich das mal mit erwähnen. No. Weil es ist irgendwie grad in die Pust raus aus meinem Spiel. So, was solltest du grad sagen? Ging's dann erst bei 60 oder auch bei 120 oder bis dann? Also, das ist mit den FIFA einstellen. Ja, genau. 30, 60 und unbegrenzt gibt's doch da bei FIFA. Und einfach dann von unbegrenzt auf 60. Ja. Scheiße. Muss ich mal gucken, probier ich vielleicht auch mal aus. Ich glaub, zwar diese Probleme nicht, aber... Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also, ich hab's mal ausprobiert bei der Aufnahme. Weil es ruckelt... Also, man merkt's nicht wirklich, weil... Weil jetzt... Mittlerweile merk ich's auch fast gar nicht mehr. Weil es halt jetzt nur noch mit 60 FPS... Das ist auch scheiße. 60 FPS Spiel. Aber... Also... Ja, ich weiß was... Das macht schon unbegrenzt. Also, mittlerweile merk ich das nicht mehr so, weil... Keine Ahnung. Ich wüsste sich halt dran. Ja. Es ist nicht mehr ganz so flüssig. Ich bin hier schon anders zu werke. Aber wir... Boah! Ich bin gar nicht. Ja, die Mannschaft gerade eben erreicht. Witz. Das könnte auch rot gehen, ja. Aber wollte ich grad sagen. Da kann man auch mal den roten Karton rauszüllen. Auf jeden Fall. Boah! Bin voll auf Steinsbein. Ja ne, zweimal wollte ich das jetzt nicht sehen. Will man mal einen, der das schießen kann, oder willst du den schießen? Nee. Quatsch. Das haben aber die besten Werte. Ich hab die besten Werte? Ja, du hast Freistoßpositioning 68 und der Rest hat krass unter 60 und... Beziehungsweise den ich jetzt hab 65. Ich hab... Bin Stürmer. Ich hab gar nichts. Lol. Okay. Ja, dann mach... Hab 62. Ja, ich lupf den jetzt rein. Oder so. Ah! Schade! Das war so ärgerlich. Die kommen echt gut. Hätt ich... Hätt ich das mal vorher gewusst. Hätt ich schon auch bis in die Decke platziert. Könnte sein, dass der Ball jetzt ankommt. Piep, 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 ne? Oh, so. Ah, scheiße, Mann, wieso? Oh! 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 Oh, das war doof! Schieß! So. Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ja. Ich dachte, da kam auf dem von dir, der ganz oben stand. Ja, manchmal. Ah, das ist so... Weißt du, der Ding, der geht unten lang, dann... Ah! Dann geht er jetzt wo lang. Ja, genau. Ach! Ich bin sicher, der Referee hat eine Alternative hier. Wir sagen, er hat den Ball gegeben. Wo? Ja. Jb. Ne, Yb. Die ist nie ein... Young Boys. Wer? Die Mannschaft. Unsere Gegner. Hm. Also, äh... Young Boys. Nichts. Dann mal da zu dem ab. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh. Oh, und den noch besser. Oh, ich geh ein bisschen zurück. Boah! Che! Was ist das denn für ein Tor, Jube? Deiner? Ja. Ein Baby. Oh ja, sehr schön. Janis. Aha. Ah, okay. Wohl abgesweetet. Aber das war gut, dass er zurückgeblieben ist. Kein Abseits und so. War top. Oh, minimal Abseits. Was ist das? Was ist das? Welcher Liga waren wir jetzt? Keine Ahnung. Fünf? Hm. Auf jeden Fall sind wir gerade rechts sechs. Nicht mehr weit weg vom Aufstieg in die nächste. Das hab ich gesehen. Ja, dann... Nee, dann Aufstieg in die Fünf. Also, es wäre, glaube ich, jetzt mit dem Sieg, den wir uns jetzt holen könnten, wäre es machbar. Wir kriegen jetzt hier keinen rein. Ärgerlich. Was? Ups. Oh. Das ist doch kacke. Ja, toll. Dann zeig's noch nicht, man. Er ist verletzt. Oh, deswegen schießt er auch nicht. Nein. Alter, boah, ich hab's geschissen. Du hast schon so auf den Elber gehalten. Ja, voll gut. Fällt mir. Ist aber gut gehalten. Freund, der Typ hieß, ja, ja, das ist nur die Mannschaft. Oh, loll. Toll. Er war immerhin wegen der Ecke, den ich im Ausgleich gekriegt, nicht wegen dem Elber. Was ist das denn? Das sah aber einstudiert aus mit dem Hinlaufen und so. Das sah aber auch wegen dem die Mainfehler, oder? Wieso? Ja, ich bin vom Pfosten weggegangen. Ich trittl. Aber na gut, das war noch Falsche. Ja, eben. Also, das war jetzt nicht so. Es sah einstudiert aus mit dem Hinlaufen und so. Das war gut ab. Ach, nein. Wie blöd. Er war doch schon durch. Sorry. Ach, Mann, ey. Er war doch schon durch. Was guck ich denn da noch? Die Tastenbelegung. Ne, das nicht. Wenn man ganz normal schießen könnte. Aber vielleicht machst du es jetzt besser. Was? Eigerlich. Warte, das ist dann kein Rot. Ein Meter von Elfer. Ey, ganz ehrlich, das ist doch dann Rot. Das ist doch Rot. Letzter Mann und auch noch den eigenen weggehauen. Mach mich mal, wenn du sagst. Oder ist jetzt wieder, sind wir näher dran. Das ist wieder andere Wetter sind. Äh, also du hast. Weißdurch Positioning 68. Kraft 80. Ich geb dir den einfach mal. Kann mich auch hier so in die Mitte stellen und mich dann drehen und reinschießen. Wie du willst. Aber... Ja, mach, mach wie du meinst. Kannst ja noch reinschießen. Kann auch nix gehen. Boah. Schade. Ja, war aber nicht schlecht. Oh, das war gerne, Mann. Ja. Nicht schlecht. Ich glaube n bisschen dazu. Boah. Das war toll von mir. Hätte ich mich auch mit meinem irgendwie durchtanken können. Ja, du bist der Erste, dass ich grad durchgehe. Ne, das bleibt aber nicht beim 1-1. Sag ich jetzt mal so. Ja. Das ist ja auch in der ersten Halbzeit. Also... Alles dritte. Ja, schlecht. Und schnell bist du dann auch nicht. Oh, der ist jetzt AFK, oder? Ne. Der war zu verlassen. War aber auch gefährlich. Oh. Jetzt hab ich dich ausgemacht. Danke, Candyman. 3 Minuten. Ach, der ist ja auch so unplatziert. Oh. Läuft. Steig. Erstmal den Chop schön. Gemüse. Oha. Ne, das war schlecht. Nicht. Warum letzter Angriff? Was hattest du? Ach, ein bisschen zu feste. Schade. Was? Warum nicht zu dir? Na ja. Na ja. Sollte auch mal auf Semi stellen. Wenigstens die Richtung dann nur so bestimme. Ja. Ja. Schade. Hm, weniger Ballbesitzer. Aber passen. Pässe kommen ganz okay. Ja. 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 Ach, ich hab Foul gespielt. Spiel durch. Nein. Oh Mann. Ja, da ein bisschen vom Gas gehen dann wäre. Ja. Oder nicht nochmal auslenken. Boah. Schade. Warum kann meiner da nicht mehr stehen? Der hat doch einen besseren Schuss. Oh. Durch gewesen wäre der mich da nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Immer. Oh. Auf. Bisschen stark. Leicht. Ja, den kriege ich. Der muss doch. Na auf. Das war der dümmste überhaupt, den ich jemals gemacht habe. Ja. Da wäre dann halt genau auf den Gegner gelegt. Ach. Dann guckt der noch da drüber. Oder bleibt hängen, ey. Und... Ach. Schläft fast einer im Rennen, ey. 78 Tempo, ey. Da hinten. Oh, der muss ich kriege den auch nicht mehr schneller, ne? Ja. Nur kleiner oder andere? Ja. Setting. Na gut, doch, du kriegst den schon schneller mit Viehspielen. Ein bisschen. Ja, ich kann glaube ich noch ein bei Dingens kriegen. Neunigung. Ach du Scheiße. Aber dann bin ja, dann habe ich 78, 79 oder so. Oh, wieder so fest, ey. Die können nichts holen. Voll mit dem Magen gegen Kopf. Also leicht annäher und jetzt spiel den da so fest in den Lauf. Von 60 ist, ey. Können schon 5-1 führen. Traurig, aber aber auch. Boah. Äh, ja. Entweder oder. Ja. Beide anzuspielen wird schwierig. Ein bisschen rein. Ja. Immerhin. Absoluti. Fantastik played. Und wow. Das ist ein Goal, der wirklich rubberstamps all ihre Credentials. Von meiner Hände brennt wieder in der Weltgeschichte rum. Der ist der ideale Stürmer. Der ist der ideale Stürmer. Ein bisschen. Oh, na ja. Ja, schade. Das ist nicht so. Kann ich den Ball mal bitte? Haben. Was? Die geht nicht raus? Boah. Ja, kann ich nicht mehr machen. Ich wollte nicht mehr lupfen. Ja, na ja. Ich wollte den rüberspitzen hier. Passt. Bisschen weiter hinten aufm Kümmel. Hättest du ihn nicht mitnehmen können vielleicht. Oh. Ach, jetzt drängt er sich dahin. Oh, ich hab den noch. Den haben wir noch. Den haben wir noch. Meine Mitte. Los. Oh. Der hat schon einen Meter laufen müssen. Oh, einen vielleicht. Oh. Zu fest. Ja, der hättest du jetzt auch ruhig. Mal schießen können. Na ja. Wir können uns nur selber schlagen. Hm. Schon so. In der Liga sicherlich. Aber bist du da mit dem Kopf bestimmt? Ne, der aber. Schick. Zu wahr. Und wo ist wieder mein Sturm? Ja, komm dann ins Bild. Einmal. Nein, gefressen ist das eine Scheiße. Er steht nieder, wo er soll. Im Hoch-Hoch-Arbeitsraten. Oh. Oh. Oh, ich hatte schon Schuss gedrückt. Und er... Durch diesen Drempler hat er es wieder vergessen zu schießen. Ey, das ist doch nicht wahr. Das passiert in dem normalen Moment nicht. Ein Wackelkontakt im Gehirn. Ja, der hat einen Wackelkontakt. Schuss gedrückt, dann wird er angerempelt und vergisst es wieder. Oh. Ja. Da. Elfmeter. Was? Ja, okay, dann kein Elfmeter. Flank rein. Den krieg ich jetzt aber. Das wär zu schön, ne? Oh, jetzt kommt ein Longshot. Ne, mach ich nicht. Zupf von da. Oh. Boah. Ein Glück, das ist nicht... Das ist nicht dein Schreiben. Springt erst mal schön auf den Rücken. Ja, schön. Ihn mal hin, ne? So läuft's. Irgendwas gehen. Martin. Mach du mal deine Schusstäuschung, ne? Im Stand. Jetzt haben sie keinen Bock mehr, oder wie? Lassen wir uns laufen. Schön. Oh. Aber wir sind noch ein Ball. Ja, genau. Spiel noch da hinten. Nicht zu dir. Oh, das war schön. Oh. Ja, kannst aber noch die Flanke... Oh, ja. Oh. Scheiße. Läuft aber auch bei Wins, ey. Ja, noch nicht perfekt. Wir haben zu wenig Chancen genützt. Ja. Ja. Jetzt machen wir noch ein Kopfballtor. Genau. Wow. Yes, Digga. Kopfball ist eins. Und jetzt wieder der Torjubel. Der ist super. Wie geil. Ja, perfekt. Ja, sag ich doch. Aufstieg in Liga 5. Also waren wir in 6. Okay. Ja, dann holen wir doch in der nächsten Folge. Krass. Geil. Ich hatte 9,4, Alter. What? Mit 9,3 und Müller hier und 9,5, ey. Wie bellst. Ja, voll gut. Krasses Spiel, ey. Krasses Spiel. Okay. Und ja, Aufstieg in? In Liga 5. Also wir sind in 6. Ja. Hab ich doch richtig geraten. Okay, dann hoffen wir natürlich, das hat euch gefallen. Unser super Skill hier. Zu zweit. Hat Laune gemacht auf jeden Fall. Und ich sag einfach mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschausen. Tschüss.